Wir haben Johannes Oerding zu Gast im TalkDot. Der ist gerade am Schnacken mit Peter. Ihr seht die beiden hier. Hallo. Sagt mal Hallo. Hallo, hallo. Das haben die schon mal gut gemacht. Wir haben uns jetzt überlegt, lange haben wir kein Schnelli-Schnelli mehr gespielt. Das spielen wir jetzt mit den beiden. Ich bin ja gebürtige Hamburgerin, ich bin da raus. Aber ich stelle Peter und Johannes folgende Frage. Bitte nennt mir abwechselnd Gründe, warum es sich lohnt, in Hamburg zu leben. Erst Johannes, dann Peter. Schnelli, schnelli, ab geht's. Der Hafen. Die Elbe. Die Alster. Die Menschen. St. Pauli. Mein Herz ist Mensch. Weltoffenheit. Astrid und Christian. Die Reeperbahn. Der Stadtpark. Planten und Blumen. Das Planetarium. Stopp, stopp, stopp. Mal gucken, ob ich da in die Mitte komme. 20 Sekunden sind rum und Johannes hat gewonnen. Ja, sicher. Warum hat Johannes gewonnen? Weil er besser aussieht als du, Peter. Siehst du das ein? Das tut mir jetzt aber auch ein bisschen. Oh, armer Peter. Johannes, du hast dich mein Talkdart. Ich freue mich. Ich mich auch. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich.